Die letzten Blind Additions. Was ist das? Das ist für mich die allergrößte Herausforderung. Drücke ich jetzt oder kommt vielleicht noch was Besseres? Die letzten Talents, da ist mit Sicherheit noch was dabei, was mich umhaut. Die letzte Chance der Coaches auf die besten Stimmen. Wir haben so geile Stimmen hier! The Boys Kids. Am Freitag um 20.15 Uhr in Sat.1. The Boys Kids. Am Freitag. Am Freitag. Am Freitag. Am Freitag.